Mein Name ist Steven Chen, auch bekannt als Rika und ich bin der neue Midlaner für BQ. Der letzte Split sah für alle Spieler bei SK erstmal ziemlich schlecht aus für die Öffentlichkeit, sag ich mal. Und für mich persönlich gilt jetzt erstmal, mich selber wieder in ein besseres Licht zu rücken. Der Unterschied wird wahrscheinlich darin liegen, dass das Ganze hier in einem Gaming-Haus sehr viel familiärer gestaltet wird, als in dem Apartment-Office-System. Ich persönlich hatte das Gefühl, dass in dem Apartment-System alles so ein bisschen distanziert und professionell gewirkt hat. Und ich denke, das Gaming-Haus-System wird mir mehr passen. Basierend auf den Resultaten von den letzten Scrims vor diesem Interview kann ich sagen, dass wir 2v2s und Roaming Around the Map ziemlich solide spielen werden, ich und der Donuts. Und ich denke, das wird auch unsere Stärke sein. Meine Ziele für Streaming sind eigentlich nur, dass ich Gameplay abliefern möchte. Ich weiß selber von mir, dass ich nicht die Art von Entertainer bin, die die ganze Zeit mit dem Chat auch in-game reden kann und volle Konzentrieren dabei behalten kann. Deswegen möchte ich einfach, wie ich es momentan mache, den Chat während des Gameplays ausmachen und immer nach den Games reden und den Zuschauern halt bestmögliches Gameplay von meiner Seite aus liefern. Ich bin eigentlich immer so eine Person, die hat hohe Ansprüche an sich selbst und ich würde einfach an den EU-Masters-Sieg von 2019 wieder anfließen wollen. Ich bin eigentlich immer so eine Person, die Werbe